Hallo und herzlich willkommen zu unserem Let's Play von SHIFT HAPPENS. SHIFT HAPPENS, wohlgemerkt. Nicht versprechen. Aber bevor wir jetzt einfach dumme Witze reißen, kommen wir direkt zum Spiel. Es ist ein deutsches Spiel, ein deutscher Entwickler und es ist Koop-Action und ich habe es noch keine Sekunde gespielt, ganz im Gegensatz zum Lukas. Genau, ich habe schon relativ lange gespielt, das ist die Hauptwelt und ich bin jetzt am Ende der dritten. Wir wollten eigentlich auch schon ein paar Levels aus dem späteren Verlauf zeigen, aber jetzt haben wir gemerkt, wenn man Koop anfängt, was ich noch nicht gemacht habe bisher, dann muss man wieder von vorne anfangen. Das heißt, wir zeigen jetzt den Anfang des Spiels. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm, nur um zu erklären, warum jetzt am Anfang erst die Spiele sind, meinte ich. Also ich spiele jetzt diesen Plom, diesen blauen Blob. Ja, es sind so Blobs. Was ist? Man sieht jetzt kurz die Anfangssequenz, die zeige ich jetzt nicht ganz, weil die ziemlich lang ist. Von Klock Games, deutscher Entwickler, wie du gesagt hast. Die zeigen jetzt nicht ganz, aber was die Geschichte ist, die natürlich total egal ist bei so einer Art von Spiel. Wir sind ja diese Firma, die so Blobs herstellt. Das klingt doch eigentlich... Warum auch immer. Und dann gibt es einen Unfall und dann gibt es zwei bunte Blobs. Und die quasi entwickeln dann mehr Wille zur Freiheit oder was auch immer und fliehen dann. Und dann erleben sie ein Abenteuer, wo man zuerst in diesem Labor unterwegs ist, nachher in einem Wald. Und jetzt bin ich gerade auch wieder in so einer Art Laboreinrichtung unterwegs. Genau. Und da sind dann sehr rätsellastige Level, wo man... Also Rätsel und Springen, so eine Kombination. Gefördert vom FFF Bayern auch sehr schön, dass die Herren Politiker auch ein bisschen was in die deutsche Spieleindustrie stecken. Das ist immer gut zu sehen. So und ich würde sagen, jetzt überspringe ich trotzdem mal, weil das dauert doch ziemlich lange. Dann... Ich muss es auch... Ich muss es ausgeben. Ich muss es aufgeben. Ich glaube, wir spielen ja Koop hier. Genau. Also wie gesagt, alleine ist noch nicht gespielt, wenn man... Zusammen hat noch nicht gespielt. Wenn man alleine spielt, dann wechselt man zwischen den Figuren, indem man mit einem Analog-Sick hin- und herdrückt. Verstehe. Und wenn man zusammen spielt, dann kann jeder natürlich seine Hüpfung steuern. Wenn du den Shooter-Button drückst, dann wechselst du deine Größe. Ah, jetzt bin ich klein, ne? Und jetzt gehe ich wieder hoch. Und das ist der Unterschied, wenn du groß bist, bist du halt stärker. Wenn du klein bist, kannst du weiterhüpfen und solche Sachen. Und unsere Aufgabe ist immer, diese Dinge hier zu sammeln. 75 an der Zahl, da kann man dann extra Levels freischalten. Muss man aber nicht. Hier sieht man schon. Übrigens ganz kurz, ich bin der Rote und du bist der Blaue. So, jetzt mache ich mich hier wieder groß wahrscheinlich. Genau. Und wie gesagt, man kann diese Sachen sammeln. Das schaltet man extra Level frei. Muss man aber nicht. Aber wenn man nicht sammelt, kommt man auch durch. Nur hat man dann halt weniger Level zum Spielen. Ah, da hätte ich mich klein machen sollen, ne? Genau. Und wenn jetzt zum Beispiel das Wasserhüfter kleiner ist, dann passiert folgendes. Weil du ja zu klein bist, zack, dann bist du tot. Ah, mache ich jetzt aber nicht. Danke für deine Pinochle. Was ist das, was wir da sammeln? Ich weiß nicht, was es genau ist, aber es sind lustige, leuchtende Bubbeln, die einem die nächsten Level freischalten. Wie gesagt, zu speziellen Leveln. So, jetzt muss ich da drauf und du da drauf. Dann ist es so ein frühes Rätsel. Und dann können wir hier... Achso, das ist schon offen. ...durch, genau. Es gibt verschiedene Arten von Knöpfen. Manche bleiben offen, manche gehen wieder zu, wenn man sie nicht drückt. So. Und jetzt zum Beispiel diese Dinge hier, das ist ganz lustig. Komm mal kurz runter zu mir. Geh mal da rüber. Als Große. Jetzt hebe ich dich da hoch. Und was jetzt unsere Aufgabe ist, bleibt dann mal stehen. Jetzt müssen wir diesen Ball, der dazwischen uns schwebt, in dieses... Ah, verstehe. Also du musst jetzt noch nach oben gehen, ne? Genau. Jetzt müssen wir das Beine so platzieren. Genau. Ich muss jetzt hier hin. Damit dieses Ding dann ploppt und dann kriegt man auch Punkte. Äh, warte. Na jetzt, ich... Links ist eine Treppe der Gastronomie. Stimmt, ja. Jetzt gehen wir hier hoch und dann müsste das ja eigentlich... Genau. Und dann muss man da so drei Sekunden warten und dann macht es ploppen und dann hat man das. Ja, verstehe. Schön. Und jetzt ist es da unten irgendwas aufgegangen. Genau. Man sieht auch hier schön, Konfetti fliegt drunter. Zeigt, dass wir... Also das ist auch was Optionales, das muss man auch nicht machen. Ich weiß gar nicht, was man dafür genau kriegt, weil man kriegt keine normalen Punkte. Aber es gibt eben in jedem Level so einen Block, den man dann... Oder so einen Block, den man da... Ähm... Erretten kann quasi. Was wir jetzt gemacht haben, ne? Genau. Und dieses Ding da gibt es auch eins pro Level und da kriegt man besonders viele Punkte. Okay. Was jetzt ein Unterschied ist zum alleine spielen. Wenn man alleine spielt, kann man immer nur entweder klein oder groß sein. Also können nicht beide gleichzeitig groß sein, zum Beispiel. Was jetzt möglich ist. Ach so. Genau. Okay. Da muss man dann das koordinieren, weil eben nur einer klein und einer groß sein kann. Weil zum Beispiel jetzt eine Druckplatte ist, wo nur der Große das betätigen kann wegen seinem Gewicht. Ja. Ist der andere automatisch klein. Das heißt, äh... So. Und jetzt haben wir ihn gesammelt. Ach so. Das ist jetzt quasi so ein Raum, wo unser Score zu sehen ist, ne? Genau. Jetzt muss er auch skipdrücken, dann... Äh... Ja, wir haben gar nicht alle gesammelt. Jetzt hab ich gar nicht zu gut aufgepasst. Aber prinzipiell gibt es 75 pro Level von denen. Blobbeln. Blobbeln. Nennen wir sie einfach mal Blobbeln. Blobbeln. Blobbeln, genau. Finde ich ganz cool. Hat so ein bisschen Portal-Vibe, ne? Portal-Koop-Vibe, dass man halt... Genau, ja. Also, natürlich ganz andere Genre, aber vom Stil her ein bisschen. Ja, logisch. Aber vom Ziel her, ne? Und nachher kommt man dann eben... Es gibt dann Time-Challenges, wenn man es einmal gemacht hat. Genau. Und das in den späteren Level, aber jetzt bleiben wir es beim ersten noch. Genau. Dann mal als nächstes gucken. Okay. Wir werden wahrscheinlich nicht in den Wald kommen. Das wird ein bisschen zu lang sein. Aber wie gesagt, der zweite Abschnitt ist dann Wald. Das heißt, es bleibt nicht immer dieses Klinische. Sondern nachher kommen da auch dann noch... Oh, jetzt hat es mich tatsächlich erwischt? Genau. Jetzt kannst du dich mit Schultertaste wieder belegen. Ja. Wenn wir beide K.O. gehen gleichzeitig, dann verlieren wir einen Rie. Ah, so. Okay. Also, pass auf. Dann geh ich jetzt mal da runter. Oder ja, geh du runter. Muss man das fett machen, genau. Dann geht's weiter. Ja, jetzt stehen wir da, ne? Blöd, ne? Und man kriegt jetzt nach und nach neue Fähigkeiten noch. Das heißt, jetzt können wir noch nicht viel nachher lernen und dann... Ich hab vergessen, mich wieder groß zu machen. Ah. Ach, guck mal, wenn man sich groß macht und... Ja, ja, wenn du... Genau, das ist es, genau. Das hatte ich vergessen zu sagen. Ja. Wenn du im Engen dich versuchst, groß zu machen, dann geht das nicht gut aus. Ah, da hätten wir es vielleicht klein machen sollen. Ich hab nicht klein gemacht. Ich bin trotzdem gestorben, weil ich zu... Wo bin ich denn da hängen geblieben, sag mal? Wie im Strom wahrscheinlich. Tja, ich glaub, das war's. So. Jetzt aber. Ähm, genau. Und wir kriegen nachher neue Fähigkeiten. Zum Beispiel lernt man, dass man... dass man sich gegenseitig ähm... Aber guck mal, das ist doch hier komisch, ne? Jetzt steh ich hier und drück X, ja? Jetzt gehst du da oben hin, ich mach die Plattform für dich. Gehst du da auf dieses Ding da drauf? Mhm. Rechts? Äh, links mein ich. Verzeihung. Ich hab jetzt das ausgelöst. Warte, dann muss ich mich klein machen, ne? Sonst besser wäre ja nicht. Äh, genau. Also, jetzt... Jetzt musst du dann auf das Ding und dann schalte ich den... Lege ich den Schalter um, dann kannst du da rüber und das... Ja, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Ich stell mich grad nur ein bisschen doof an. Warte. Das macht ja nichts. So. Was zieh ich dann im X? Und jetzt... Bei 3 drück ich 1, 2, 3. Und was muss ich denn machen? Achso. Weil... Ah, jetzt hab ich's verstanden. Ist gar nicht so... Pass auf, pass auf. Ich probier's jetzt nochmal. Wenn ich wieder schalte, dann drück ich den Schalter um. 1, 2, 3. Ich bin da oben hängen geblieben. Hast du's gesehen? Ich hab's gesehen. Dann mach du den Schalter. Aber... Wieso, wenn ich X drücke, spring ich hoch? Weil du A drückst. Achso. Playstation geworden. 1, 2, 3. Und... Ah, 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 ah. Hast du das Ding jetzt? Nee, muss ich nochmal. Also ich hab's schon, aber es hat uns die andere geholt. Und los. Und los. Das andere, das in der Mitte lass ich jetzt mal besser sein. Was ich noch sagen wollte, man kriegt dann halt verschiedene Fähigkeiten. Nach und nach zum Beispiel lernt man sich zu werfen oder Gegenstände zu werfen. Dann gibt's noch neue Gameplay-Elemente, zum Beispiel so Sprungpads nachher. Das sind schon einige sehr nette Ideen dabei. Okay. So, jetzt komm mal runter zu mir. Was hat jetzt der Schalter gemacht? Ich hab jetzt gar nicht geschaut. Äh, der hat hier... Pass auf, zeig ich dir. Ah, das können wir doch sammeln. Warte, 3, 2, 1, jetzt. Ich glaube auch tatsächlich, dass es andere Level sind, als wenn man alleine spielt. Kommt mir vor. Das kommt mir alles nicht so bekannt vor. Anscheinend gibt's ein eigenes Koop-Spiel. Aber das ist doch gut. Ja, das ist super. Das ist doch super. So, jetzt haben wir das Teil da angemacht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier rüber, oder? Genau. Zack. Anscheinend, weil die Level dann doch wirklich mehr noch auf Koop ausgelegt sind. Ja. Okay, jetzt kann ich hier, ähm, dich da... Mach dich mal klein. Genau. Jetzt bleiben wir da kurz stehen, weil ich schätze mal, das ist ein geheimer Raum, weil da gibt's auch immer welche in den Levels, wo man dann zusätzliche Punkte sammeln kann. So, jetzt musst du mich quasi abholen. Jetzt hol ich dich rüber. Ach, ich hab auf den Tuch rausgemacht. So geht's natürlich auch. Achso, ja logisch. So, drei Schalter. Was bedeutet das? Einmal nochmal. Schau mal zurück. Eieiei, zu schnell, sorry. Äh, was willst du? Du willst erst mal das holen, ne? So, okay. Und... Jetzt mach ich das nächste. Und... Da muss ich tatsächlich koordinieren. Wir sollten miteinander sprechen. Das wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Ich spreche nicht gerne. So, jetzt. Zwei. Und los. Drei. Krieg ich das? Mach dich so groß. Ach, ja. Das ist eben auch das. Man ist ein bisschen größer und kann natürlich besser hüpfen nach oben. So, jetzt musst du hier, ähm, jetzt müssen wir uns koordinieren. Mach doch mal den ersten. Danke. Und eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Ah. So, genau. Und jetzt haben wir das Level geschafft. Ist das... Macht Spaß. Das ist ganz lustig. Auf jeden Fall. Es ist natürlich noch sehr, sehr simpel jetzt hier am Anfang. Vielleicht... Du bist doch schon deutlich weiter, oder? Im dritten Level im Singleplayer, ja. Ja, dann wollen wir vielleicht noch da kommen. In den Singleplayer? Können wir gerne machen. Können wir das mal skippen? Äh, ich skippe. Moment. So, dann machen wir das noch fertig hier und dann... Ja. Gucken wir das uns doch mal an, ne? Genau. So. Ich kann vielleicht mal die zweiten Level zeigen, weil das eben mit dem Wald-Setting ganz nett ist. So, man sieht, ich bin jetzt im Canyon. Ne, plötzlich. Es ist auf jeden Fall, ähm... So, jetzt sind wir im Forest. Ja. Dann machen wir doch einmal zufällig einfach dieses hier. Ich erinnere mir jetzt nicht, was genau in welchem Level war, aber... Es ist grundsätzlich, ähm... Jetzt nichts komplett Neues oder so, aber ich finde es wirklich schon ziemlich frisch. Hier sehen wir jetzt auch mal ein völlig anderes Grafik-Set. Genau. Und da wechsle ich eben mit Analog-Stick, beziehungsweise am präzisen Anstreuern, ich habe es bis jetzt nur mit dem Gamepad versucht, wechselt man zwischen den Figuren hin und her. Und da kann ich eben nicht gleichzeitig groß und groß sein, da geht nur... Groß und klein jeweils. Groß und klein jeweils, genau. Jetzt sollte ich mich erinnern, wie das... Ja, dementsprechend sind die Levels dann wahrscheinlich auch anders designt, um... Genau. ...dem Rechnung zu tragen, weil... Zumindest das erste Level war ähnlich dem, was ich kannte, aber nicht gleich eben. Also... Oh! Und wenn ich da jetzt kaputt gehe, dann muss ich einfach den Knopf drücken, dann ist auch wieder da mein Kumpel. Okay. Jetzt war das Problem, dass ich geküpft bin, bevor ich geworfen habe. Das ist zu vieles. Sehr gut, ne? Jetzt hast du wieder ihn, kontrollierst du ihn, währenddessen bleibt der Block unten. Hier. Jetzt sieht man, jetzt ist so ein zeitbasierter Schalter. Das heißt, ähm... Jetzt wechsel ich besser hier, dann kann ich ein bisschen schneller unterwegs sein. Und wenn es jetzt nach vorne fährt, dann drücke ich... Zack! Und jetzt? Bam! Genau, und so kommst du halt rüber. Also das ist im Prinzip... Es ist ein bisschen langsam, wenn man alleine spielt, weil man eben immer beide Figuren wieder herholen muss. Da ist es mehr Rätselspiel dann noch als alles andere. Und wie man sieht, ich kann jetzt auch schon so Sachen wie eben heben und werfen und das wir ja im Anderen noch nicht können im Koop-Spiel. Ja, und die Fähigkeiten halt, die wir haben, sind zum Beispiel dieses Hochheben, ne? Genau. Des Kuppels. Exakt. Ja. So. Jetzt werden wir den lieben Gesellner... Oh! Das war nicht so gut, aber er ist durch. Jetzt können wir hier ein bisschen aufmachen. Du siehst, es steckt eine innere Logik dahinter. Hinter dem, was ich tue, auch wenn man es nicht immer sieht. Es steckt auch eine äußere Logik dahinter. Man kann dir nicht ganz so gut folgen, aber man kann dir folgen. Von daher... Ja, es sind Schiebepuzzles, Schalterpuzzles. Genau. Was... Also jetzt nichts irgendwie dramatisch Großes dabei, was man noch nicht kennt, aber es ist die Umsetzung sehr nett gemacht. Sehr nett gemacht, auf jeden Fall. So, und jetzt... Ob ich hier also wieder hochkomme, weil dann kann ich mit ihm hier diese bösen Laserstrahlen ausschalten. Ja, genau. Und jetzt hast du dich selber zermatscht. Das ist natürlich gut, wenn man so blob ist, dann ist man ja sehr dehnbar auch. Genau. So. Und ich möchte jetzt keine Witze auf YouTube darüber machen. Das ist zu spät. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Gib Gas, mach mich fertig. So. Jetzt holst du dir wieder diese drei Dinger. Genau. Es ist schon ganz nett. Also es ist relativ leicht eigentlich. Also man findet meistens alles beim ersten Mal schon. Aber doch, so dieses Bekannte, es wird dann schon so ausgelöst, dieses, ha, jetzt habe ich erkannt, was sie von mir wollen. Was natürlich immer ein schönes Gefühl ist. Bei den Rätseln meine ich jetzt. Ja. Genau. Also bis jetzt war es zumindest noch nicht so, dass ich irgendwie gesagt habe, ich stecke jetzt ewig viel fest. Jetzt ist zum Beispiel was nettes. Jetzt muss ich werfen und mich dann während des Fluges verwandeln, damit ich dann in dem höheren Wasser da drüben stehen kann. So. Ah. So. Genau. Und jetzt, wenn ich mich... Ah, das war nicht mehr gedacht. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere an den Level, muss ich mich jetzt da hinstellen und mich selber auffangen. So. Das Auffangen geht automatisch oder bist du, während des Sprungs hast du quasi gewechselt auf die andere Figur und die hat dann... Genau. Also da muss ich nicht direkt wechseln. Das ist einfach, wenn sie in der Nähe sind, dann wird in dieser Situation dann der richtige Knopf angezeigt. Ja. In dem Fall jetzt Xbox Control. Also Koordination ist halt schon ziemlich wichtig. Probieren ist auch ziemlich wichtig. Ist... Wie ist denn der Frustfaktor so? Also wie gesagt, das war mir jetzt eigentlich nie frustrierend. Es ist relativ leicht. Also ist auch keine Rätsel gewesen, wo ich gesagt hätte... Bis zum dritten Level. Bis zum dritten Level. Genau. Ich habe noch nicht versucht die Spezial Level, wo es eben welche gibt, die wir freischalten mit dem gelben Leuchte-Dingern da. Aber... Kann sein, dass die dann wesentlich schwerer sind. Aber die Hauptlevel, zumindest die normalen, die sind jetzt vollkommen in Ordnung. Ja, ich würde... Da würde ich sagen, falls ihr Interesse auch habt an dem Spiel und sehen wollt, wie der Lukas hier weiter die Levels schafft, dann könnt ihr uns ja mal schreiben oder so. Dann können wir euch die Speziallevels ja nochmal in so einem Anschluss-Let's Play zeigen. Genau. Ähm... Was dir sehr wichtig ist? Also wir können gerne nochmal zum Beispiel aus der dritten Welt, wo ich gerade bin... Ja, da vielleicht noch mal kurz reingucken, damit wir noch ein bisschen abwechslungsreich... Genau. Gucken, wie abwechslungsreich das Spiel ist. Genau. Im Canyon, wie du siehst, da bin ich gerade. Machen wir doch mal gleich das hier, wo ich... Oder machen wir das, wo ich gerade war, dann stelle ich mich nicht ganz so glöd an. Du schätzt dich nie wieder an. Außer bei Videospielen natürlich. Außer bei Videospielen, ja genau. So... Ähm... Ja, es wird schon ein bisschen komplexer alles, je weiter man kommt. Aber es wird wie gesagt nie, dass man sagt, es haut einen jetzt die Riesel um die Ohren. Ja. Verstehe. Genau, da was hast du gemacht? Du hast diesen Schalter betätigt. Genau und jetzt zum Beispiel, jetzt muss ich schon relativ schnell reagieren. Jetzt muss ich werfen, dann muss ich auf die andere Figur wechseln und dann muss ich gleich A drücken, damit das alles funktioniert. Moment, wir werden es gleich sehen. Ja, super. Nee, da passt. Da muss man ein bisschen... Das war... Da muss man ein bisschen auch keine Reflexe haben. Ja. Na gut, das ist eine einstudierte Bewegung natürlich, klar. Muss man halt ein paar mal ausprobieren, was denn da jetzt passiert. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Soll vorkommen. Man darf aber nicht zu viel reden. Soll vorkommen. Reden dabei. Offensichtlich, ja. Ihr könnt das Ganze natürlich auch, habe ich hier vorhin gesehen, Invite Friend. Ach ja, ich hätte hier auch. Ihr könnt das selbstverständlich online spielen. Genau. Das nur, damit man es mal gesagt hat, muss jetzt nicht vor einem Rechner sein. Genau. Was ich vorhin von Blödsinn gesagt habe, ich habe vorher gesagt, das dritte Level ist dann auch wieder ein klinisches Setting. Ist es gar nicht. Aber es ist ein Canyon. Manchmal erinnert man sich, innerhalb von Sekunden kommt das Zeit. Es ist ein schöner Stil auf jeden Fall. Das sieht man auch da hinten in der Sonne mit diesen... Genau. So ein bisschen Papercraft-mäßig. Linien drumherum und so. So Papercraft-mäßig und so. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Simpel, aber schön. Sollen wir auch noch sagen, es gibt es jetzt für Steam zur Zeit, ne? Für Steam. Gibt es schon. Gibt es schon. Kommt auch für PS4 und Xbox One. Ich glaube, am 22. Februar ist es soweit. Ab 22. Februar könnt ihr das Spiel euch da anschauen. Und ja, also wir haben es jetzt natürlich noch nicht so weit gespielt, um irgendwie jetzt eine definitive Kaufempfehlung abzugeben oder zu sagen, das ist ein Test. Also ich werde es heute durchspielen, dann noch ein bisschen Coop spielen und dann wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwann werden wir dann sagen können, wie gut es uns dann tatsächlich ist. Weil es kommt natürlich auch darauf an, wie sich das Ganze entwickelt, wie dann die späteren Levels einfach verlaufen und so. Und das Ganze könnt ihr euch dann anschauen. Wie gesagt, 22. Februar. Jetzt sozusagen könnt ihr euch das Ganze für PS4 und Xbox One auch besorgen. Und ja, Shift Happens, putziger Name, putziges Spiel. Macht bis jetzt einen sehr, sehr schönen Eindruck. Genau. Und ich bin schon wieder runtergefallen. Ja, das werden wir jetzt nochmal hinkriegen. Ich spiele jetzt aber wieder eine Runde mit. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Ciao.